Sie haben recht, auf zum Dunwall Tower. Oh ja. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lord Regenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Corvo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Bereit? Natürlich. Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lord Regent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Mhm. Ab da rein. So, gibt es hier Rune. Ach komm, erst einmal aus dem Wasser raus, bevor wieder diese... Diese, diese... Ah, Fische hier. Wie komme ich denn hier hoch? Hier klettern, oder wie? Das ist aber kein guter Service. Äh, ein Knochenartefakt direkt da oben und zwei Runen. Oh, das geht ja perfekt. Was ist das? Äh. Au. Wie komme ich denn hier hoch? Das ist doch ein Stück. Hier vielleicht? Na, verdammt. Tja. Dachte mal, mit ein bisschen Glück geht das, aber nee. Ah, da hoch? Auch nicht. Sag einmal. Ah, hier geht's rein. Ach Mann. Die Rune ist... Natürlich genau... Ach. Wirklich. Die muss... Aha. Die muss dort drüben sein, ja? Kusch. Weckt... Au, 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 au. Dummen, ihr... Kaut, aber sofort hier. Ah. Blöden Ratten. Geh halt ab. Dummen... Viecher. So. Das ist doch hier. Wahnsinn. Hallo, Knochenartefakt. Und Kohle. Wie würdest du bitte mal? Ich brauche hier deine Kohle. Danke. Ah, ja. Gehen wir wieder den Weg zurück, den wir gekommen sind. Ja, darüber. Und jetzt? Ja, und jetzt? Äh. Na, wo bin ich denn? Bin ich hier? Ah, hier. Ähm. Ähm. Au. Das. Oje. Oje, ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Das ist doch... Oh Gott. Ich hab's halt einfach drauf, ne? Das ist ja der Wahnsinn. So viel Skill. Okay. Das kennen wir ja schon alles hier. Äh, da war drüben, ging's weiter. Na, darf ich? Dankeschön. So, mal kurz speichern hier. Na, jetzt die doofen Ratten, ne. Granaten wär netzlich verkehrt. Ah, hier. Was ist das? Dumme Viecher. Das sind denn die Immunggang-Explosionen? Das ist doch nicht normal. So, daneben anders. Hallo, Ratten. So, du. Das Thema hatten wir schon, ne? Okay, und jetzt da rüber. Vielleicht. Ja, da, 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 da. Ich seh's. Ich seh's. Perfekt. Nicht perfekt. Nicht, nicht perfekt. Ah. Ist da noch ne Tür? Ne. Degradiert war ja nicht sauber, Mann. Wenn auch die letzte letzte Nacht, geht da nicht in den Socken. Äh. Ja. Ne. Ist grad, ne. Ein wenig. Verdammt. Oh. Nein. Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Wurde Aldo wegen Pfeifen degradiert. Der Lottrig entfragte. Definitiv nicht so. Wurde Aldo wegen Pfeifen degradiert. Der Lottrig entfragte, wie man so einen Attentäter hört. Und Berris degradiert war ja nicht sauber. Oder konnte ich hier noch weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ah. Geht auch hier durch. Ah. Ne. Ne. Hier geht es einfach nicht weiter. Gerade. Oder kann ich... Ne. Kann ich auch nicht. Das ist doch doof. Das ist doch echt doof hier. Ich seh nur die eine Tür da drüben als Option. Weil so hoch komme ich nicht. Mit dem Teleport und mit Springen auch nicht. Oder kann ich von der Tür... So... Ja. Das könnte ich machen, oder? Ja, das geht. Speichern. Hallöchen. So, was ist denn auch? So, dich mal hier. Aus dem Weg räumen. Das ist für gar nichts. So, hier mal entsp... Au. Ist der tot? Ne. Sah aber richtig böse aus, Gartu. Okay, dann will der ist da hinten. Gehen wir mal außen. Kann ich außen? Ne, ne? Natürlich kann ich nicht. Verdammt. Okay, wenn er außen nicht geht, dann halt innen. Was denn sonst? Äh... Der sollte mich besser nicht sehen. Da ist ein Alarmsystem. Ne. Ich will mich nicht beschweren, aber du stehst echt scheiße. Ist da jemand? Ne. 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 Ne, du. Verdammt. Tja. Verdammt. Äh... Ach, hier. So. Diesmal aber. Ja, geh weg. Genau. So ist gut. So ist brav. Und jetzt hier raus. Genau. Jetzt kann ich nämlich... Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt kann. Hier? Ja. Hier? Ja. Haha. Sollen wir irgendwas runen? Runen. Geht da rechts und da hinten. Das heißt, die rechts wird zuerst geholt. Gehen wir kurz speichern an der Stelle. Ähm... Achtung, Angestellte aus Dunwall Towers. Alle Neuzugänger haben sich sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. So. Ich will hier ganz gechillt rüberspringen. Und wenn ich jetzt... Die Runde, wo war denn die? Warte, in dem Haus da, okay. Da unten geht einer... Wo rum? Ah, erst mal kurz speichern sie hier jetzt halber. Ist die Tür hier offen? Ja. Hihi. Okay. Haben wir hier mal. Kugeln. Hab ich voll. Ähm... Meine Rune. Die liegt hier. Heilgräuter, Dose, bla bla. Perfekt. Da liegt eine Menge Zeug drüben, ne? Ich war's nicht. Ciao, ciao. Äh... Nächster halt. Das kannte ich da. Aufkurbeln. Okay, da oben. Oh, oh. Nicht? Gut. Ich hab's nicht. Puh. Äh. Improvisieren. Haben Sie eigentlich gewusst, dass ich Sie von hinten erdrossel? Ne, das ist neu für Sie. Na dann. So, gutes Versteck. Gutes Versteck. Da unten sieht's doch ganz gut aus. Na, guck hier an. Ist es doch perfekt für dich. Eine schöne, kuschelige Ecke. Und da liegt sogar noch irgendwas. Was ist denn das? Herz. Ah, Herz. Wie komm ich jetzt wieder hoch? Ne. Alles klar. Und jetzt noch hier rüber. Das geht sogar so. Perfekto. Und die Rune ist irgendwo da hinten. So. So. Kann ich rein? Ist es offen? Ja. Aber warte mal. Ne, ne, ne. Ne, ne. Nee, nee, nee. Ich brauche ja die Rune. Brauche doch die Rune. Jetzt lass mich doch hier hoch. Was ist denn hier los? Nee. Hm. Rune. Wie komme ich... Wie komme ich in der... Upsal. So, ich kann doch hier ganz sicher nicht, oder kann ich? Kann ich? Ich weiß es nicht. Oje. Nope. Das sah kaputt aus. So. Nee, das funktioniert so nicht. Das kann ich mal so sagen. Aber hier vielleicht irgendwie hoch, ne? Ich sehe kaum, weil muss ich die andere Seite probieren. Ich weiß es gerade echt nicht. Moin. Aha. Da könnte man so rein. Ich will einen Wasser graben, sagt er. Er wartet. Ist okay. Ja, nee, nee. Das gefällt mir nicht. Alles mitnehmen hier. Wo lege ich dich denn jetzt ab? Kannst du mir das sagen? Hier. So, dann mal kurbeln hier. Und das hat jetzt was? Also, was hat das jetzt... Also, was hat das jetzt... Also, hier. Hä? Nope. Ihr habt doch keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Kann ich hier durchtauchen? Ja, toll. Au, au, fisch, 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 fisch. Kann ich jetzt hier rein? Ja. Nee, ich sterb vorher. Das ist doch... Oh, Mann. Okay, dann muss ich aber...